so LKW starten ein eingebautes Navigationssystem Sitz anstellen Sitz anstellen Warte, warte, wenn wir passen, ey. So. Die Mauer bei uns reinfahren, ist gut. So, da leh. Wir holen unseren Anhänger. Wir sind auf dem. Wir sind auf dem. Wir sind auf dem. wenn wir es mal ein Stück alt fahren und den haben, den Anhänger. So schon, vielleicht wieder runterfahren. Knapp, aber es ist nicht Ausgang. Und dann wieder rechts runter. Und dann wieder runter. Gut. DnP Raffinerie. Kennen wir schon als selbstständiges Unternehmen. Gut, wir haben den Auftrag für uns nach Salzburg zu fahren. Oh, weggerutscht. Passt. Auf nach Salzburg, meine Damen und Herren. Wir holen uns das nächste Geld. Kurze Auftragsinfos noch. RT-Lock. Eine Pause müssen wir dann auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden a Gut. So. Konzentration jetzt. Nächste Raststätte müssen wir auf jeden Fall rausfahren, ein bisschen schlafen. Slippi-slippi. Müssen wir auch bedenken, dass wir jetzt unseren eigenen Tank haben. Tankern sage ich einmal hier links. Ich glaube, ich muss den Tankrad noch ein bisschen abstellen. Ich muss nie merken, wie war das? Ich weiß nicht. 2. So, jetzt fahren wir dann mal durch die Gänge, durch die Cruisen, schauen wir mal dann, wenn eine Raststützung kommt. Dann können wir auch ran fahren, Polizei, da lassen wir keine Kontrolle, was passieren. Das ist ein Rush, Session. Das ist ein Rush, aber... Das ist gar nicht in der Reuchte. Hm. Hm. Das ist gar nicht in der Reuchte. Das ist gar nicht in der Reuchte. So. 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 Auftragsstatus. So. 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 salzburg ankommen wenn wir uns den anhänger noch abhängen und ich habe schon wieder irgendwas gedrückt das tonic ist jetzt sollte wieder alles so 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 So, besten Weg. Dann steht man aber nicht dort. wir wollen weiter fahren wir wollen weiter fahren wir wollen wir wollen noch zur holzburg spuk Gott sei Dank noch gesehen, den hab ich noch gesehen, den hab ich noch gesehen, das ist ja unglaublich, ein bisschen von Weiden, ein bisschen von allem, bade durch. Ich würde es interessieren, ach, Albertin, 1 und 3. Ich würde es interessieren, das ist ein bisschen von Weiden, ein bisschen von Weiden. Ich würde es interessieren, dass wir uns mit Weiden, ein bisschen von 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 Weiden. Ein bisschen von Weiden, wir fahren hier nach Salzburg, dauert noch bisschen, ein bisschen dauert es noch nach Salzburg. Wir sind gerade bei Linz vorbei. So, vor Alpenkreuz ist der nächste. Wollt ihr mich raus? Neustraße oder auf die nächste Autobahn runter? Ja. Da läuft Gas treben. Und da machen wir auch raus. Oh. Ein Tunnel Ein Bus, war er überhaupt da? Ein Tunnel Da antwortet mir halt noch nicht die Frage wo wir sind Mitten auf einer Schnellstraße. Schnellstraße.